So läuft das? Wunderbar. So Leute, 20. Folge, übelst geil, endlich wieder Staffen-Finale. Ich habe jetzt auf der Rotes Abend noch schon 100 Abonnenten bekommen. Und aus dieser Krone, die ich hier auf hatte, möchte ich jetzt nochmal für euch extra eine eigene 20-Folgen-Krone machen. Aber das schaffen wir nur mit Musik. Ich habe jetzt... Woher kommt die Musik? Meine Assistentin hat sie angemacht. Ich habe jetzt mal ein Mädchen-Besuch. Ja, während ich mir die 20 mache, würde ich sagen, erzählst mal was über dich. Ich erzähl mal was. Mein Name ist Anna Schwabe. Ich bin 23 Jahre alt. Und ich brauche unbedingt ein eigenes Format auf diesem Fall, das war mein Spurheim übrigens. Scheiße, feinlich. Ich möchte natürlich nicht ein Rotes Talk nachmachen, deswegen brauche ich was Eigenes. Also schreibt bitte in die Kommentare, was ich selbst machen könnte, damit ich ein bisschen präsenter bin auf diesem Kanal, weil ich immer planlos bin. Also ich stehe lieber hinter der Kamera, trage Rucksäcke, verbarere Telefone und... Das ist jetzt eine 20. So eine 20! Das sieht immer noch aus wie eine 10. Ich muss jetzt auch noch runterschneiden. Runterschneiden. Welche 2 sind so öckig? Ja, das war's von mir, ich kann's wieder... Schreib's in die Kommentare, was ich machen soll, hier unten, in die Kommentare. Wir sind sicher. Und jetzt nochmal Dance. Das ist mir auch beim Herodes Video passiert. Alles Gute zum Jubiläum. Danke. Alles Gute zum Staffel, auch Tag deiner eigenen Staffel. Von was auch immer. Schreib's in die Kommentare. Schreib's in die Kommentare. Ich kann das in der Welt, okay? Mach's mal. Ach, da irgendjemand muss die Kamera ausmachen. Hm. Dann machen wir die. Nein, gerne bitte.